Politik spielt in Zeiten des Umbruchs ganz grundsätzlich immer eine große Rolle. Wir haben die letzten Jahre oder Jahrzehnte ja aus Wirtschaftssicht nicht so viel mit Politik zu tun gehabt, weil das relativ stabile Zeiten waren. Aber jetzt erleben wir einen Riesenumbruch und da brauchen wir ganz massiv die Politik, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Das fängt an beim Thema Ausbildung, wo wir einfach plötzlich einen Irrenbedarf an digitalen Kompetenzen haben. Und Ausbildung ist in Europa eine staatliche Aufgabe, von der Schule bis zu den Universitäten. Geht bis hin zu rechtlichen Fragestellungen, wo wir Rahmenbedingungen brauchen. Wie weit darf künstliche Intelligenz gehen? Wer darf unsere Daten wie verwenden? Und ähnliche Themen. Aber natürlich auch bis hin zu Themen, dass hier Unternehmen auf dem Weg in die digitale Welt da und dort auch Unterstützung, Ermutigung, Rahmenbedingungen, das kann sein Förderungen, das kann sein Rahmenbedingungen für Startups brauchen, damit wir hier rasch vorankommen. Insofern würde ich sagen, spielt die Politik, die Regierung gerade in diesen Zeiten eine enorm wichtige Rolle. Und ich bin sehr froh, dass wir in Österreich als eines der wenigen Länder in Europa auch ein Digitalisierungsministerium haben, mit einem expliziten Digitalisierungsminister. Das ist gar nicht selbstverständlich, auch nicht im 21. Jahrhundert und auch nicht im Corona-Jahr. Und das zeigt auch, dass wir eben auch entsprechende Bedeutung schon beimessen.